ja halli hallo hallo du bist so blöd vorallt das doch kämen warum denn jetzt wissen die doch sowieso das ist doch ja stimmt man sieht es mir an ist okay ich hab es verstanden durchsetzt er bereit oder willst du nicht also hey knappe zu im Hintergrund aha was ist das das ist eine gute und berechtigte frau bin ich gefahren bei dir? nö ach toll hopp nie soweit oh läuft ich habe sehr schön gegen zurückgepackt weil ich fand das jetzt okay okay hmm du bei hey kurz gucken wo dahin fliegt naja neun schaden immerhin krittet noch machst du noch irgendwas Hauptsache du machst es mann oh mann oh mann oh mann siebzig Schaden ui schreit ernst jetzt alter gibt es doch gar nicht doch gar nicht ey keine Schleischwappung hab nicht zu scheit ach komm hier auch cool rollet doch vorher und spring nicht aus der Gegend gut aber voll getroffen das kannst du nicht geben oder ich würde sagen das Ding ist voll in deiner Rude war auch voll in deiner Rude ach mensch ich bin nix ich glaube da geht zu weit ach verdammt ich glaube da geht zu weit ach verdammt ich glaube da geht zu weit du stehst komisch was kömmlich ich wohne ich wohne ich wohne das sieht so ich wohne wie aus Boots ich hätte nie gedacht das Treffe mach doch mehr mit von 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 Oh, 130. Ich hoffe mal, ich schieße mich damit jetzt nicht selber ab. Safe! Der kommt sogar wie geplant. Aha, das ist ja dünne. Das war jetzt 25 Volt. Hm. Ist nicht Kreuz. Das Gelbe. Oh, die in Baller. Oh, die in Baller. Das ist doch der Alter, die kommt doch zurück hier. Die kriege ich doch ab, ja. Und nicht eins. Dann ja nicht immer laufen wie im Livestream. Haha, das stimmt allerdings. So, haben wir was schönes gekriegt? Deine Position gefällt mir nicht. Ja, was? Deine Position gefällt mir nicht. Aha. Ok. Nur kurz. Schreib zu gut. Grüß dich. beste triste genau machst du 40 triffst du bist weit weg machst du neun ständig also so mein hub doch nicht zurück geht doch zu hause kann sich sein lassen du hast den öffert hier drunter oder? noo irgendwie sei was willst denn du ja? au